Hallo meine Lieben bei El Kitchen Jenner 2022. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Vorbereitet habe ich für heute eine leckere Erdbeertorte. Biskuitboden, sowohl die Creme, bereite ich selber vor. Zubereitung Zutaten in der Infobox, sowohl die Zubereitung auch in einem kurzen Videoclip. Bis gleich. Selam aleykom. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020